Also ich fühle mich super. Die zwei Konzerte waren wirklich mega, mega cool zu spielen. Und beim ersten Konzert in Baden ist es sehr gut angekommen. Ich war aber mega nervös, schon im Vorfeld und nachher auch auf der Bühne. Es war mega erleichtert, dass es den Leuten gefallen hat. Und jetzt hier in Wettigen bin ich irgendwie... Ich weiss auch nicht, von dem gestern bin ich auf der Bühne gestanden und dann ist die Nervi-Versität weg gewesen und konnte es richtig geniessen. Es war mega cool. Im Frühling mache ich zwei Aufnahmeprüfungen an Hochschulen, Basel und Luzern. Dann schaue ich, wann ich noch mal herkomme. Dann könnte ich nach der Rekrutenschule im Sommer, ich gehe ins Militärspiel, dann könnte ich nachher anfangen zu studieren in Basel oder Luzern.